meine ma brauche einen computer weil ich weg ziehe was ich mir gedacht habe ich hole hier einen nook sie hat keine ahnung was ein nook ist wie groß ein nook ist und geht davon aus dass sie hier einen ganz normalen desktop c bestellen der ungefähr so groß ist und das paket ist auch schon da deswegen also im endeffekt der ding ist jetzt hier schon da also ja das video hast du einen löffel das wäre witzig ach hier perfekt mama kommen sie mal her bitte was ist das mini pc kit ja das ist doch dein pc aber intel wollte ich doch nicht ja weg gab es jetzt nichts anderes das ist doch nicht mein pc du hast doch gesagt das ist was anderes ja das war ein joke nein das ist das steht ja im mini pc kit ja das ist ein computer ich weiß was du willst aber ich weiß was du brauchst ich danke dir außerdem ist es platzsparend supermode ja das ist ja gut es wird noch besser ja da sind noch ein paar kabel drin das kabelnetzteil ist halb so groß wie das ja ist wild ne ist jetzt mal danke für diesen computer ich wollte dir eigentlich noch eine webcam holen das auf jeden fall ja wie soll denn der webcam was ist denn da ach so das ist das ding wenn du irgendwie wenn du das irgendwo anschrauben willst ja du kannst auch an die decke schrauben das ist das rauchmehrer hier ist mein pc er stellt sich heraus wir haben kein ssd und auch keine arbeitsspeicher ja prinzipiell wisst du das ungefähr hier sein aber da ist nichts drin